so herzlich willkommen auf meinem kanal schon sagt das factory geht es weiter wir müssen ja noch die raffinerie verbinden ich hoffe geschaffen das mache ich mal proben wo ich einfach nur und das dürfte funktionieren so wie ich das jetzt sehe auch die eine hoch ich habe das noch und jetzt das morgen die wird natürlich sich Ich weiß nicht, wo ich mir das genau landen würde. und hier könnte ich eigentlich nur so von der Höhe her müsste sie doch eigentlich da unten andocken ne aber dockt nicht an damit ich die herunterhauen nehm ich den anderen weg 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 kann ja von der aus ja schon die das macht's sollte man mal probieren schon mal lust. Lassen wir heute nur mal rutschen. Sollten wir schon mal probieren von hier aus. Würde ich dich hier hinsetzen? Na besser hier hin. Würde ich hier den Eingang machen? Hm. Wo ist das hier so? Wird das voll. Der würde passen. Dann müsste ich hier nochmal hinsetzen. So. Ich mein Strom muss ich so oder so. Auch mit Hochschicken. Nimm. Daher auch. Hm. Oh Stangen müsste ich auch noch haben. So wie es aussieht. Zumindest bis nach oben wollen. Hingelegt. Hingelegt. Bevor ich die Hypertube bombe. So. Ich bin schon heute nur eine Stange. So. Und wer auch nicht schlürzt. Ach. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Ach. Strom haben wir ja da hinten schon. Was hatten wir hier denn nochmal? Kriterium. So. Hier haben wir Kriterium. Das haben wir hier noch nicht gefunden. Bis jetzt. Glaublich. Oder. Oder. Oder doch. Ich weiß es gar nicht. Da sieht auch eine Kriterium an. Ich glaube wir probieren wir heute mal die Festplatte noch schon kriegen. Was könnte das hier sein? Komm ich auch wieder hoch? bitte. Sehr schön wenn wir da mal warm finden. Habe ich doch erstmal den hier. Wenn das hier Quartarium ist. Das ist ein bisschen besser. Doch nicht, nein. Doch. Mal schauen, was er ist. Ich weiß, ob der Charakterium ist. Oder... ...was anderes. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir sind immer nicht wie Charakterium aus. Was bist du jetzt? Oh, schön. Nehme ich mal ein bisschen was mit. 20. Oh, schön. Müsste ich mal gucken. Jetzt kann man das analysieren. Hier jetzt mal die Hypertypen verlegen. Bis dahin tun. Ich hoffe, dass... nicht gesaugt. Müssen wir noch ein bisschen... umbauen, alles. Und auch nicht gesaugt. Jetzt... Wir fahren hin. Ne, wir springen nicht. Wir haben giftige Frunzen. Aber gut, dass er mit dem Frunzen funktioniert. Irgendwann war der Hintergrund, glaube ich, von dem Ganzen gerutscht. Und da hinten hin. Ich hoffe, das schafft man auch so. So. Und das muss ich noch wegnämmen. Das muss ich noch wegnämmen. Das muss ich noch wegnämmen hier. Komm. Achso, und... CTRL. Ich... Fürs ollen wäre das andere Mail ein Gut, glaube ich. Ich weiß sicher nicht. Habs noch gar nicht mal ausprobiert. Ob das jetzt soll? Nee. Letzt möchte. Ah, ne hier mit... Hier mit Alts. Ne, auch nicht. auch nicht das würde so nicht funktionieren ich dachte man könnte so schüren kann man hier was anderes nehmen und dann kannst du es mal tun ich weiß auch nicht was man hier mit passiert wird herstoffe aluminium verwendet weil das weiterhin aluminium und schrott für Leute entwickelt wird können der aluminium warum benötigen wird aber das können wir ja noch gar nicht machen aber gut dass wir das schon gefunden haben da können wir auch noch mit der halbpartie bleiben und dann ist für heute auch fertig da ich ja vorproduzieren samtags und halt auch mal unter der buche aber heute mal halt am samtag vorproduzieren den misst dann schauen wir mal durch das die 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 Ich glaube, ich habe die Bühne gesehen, ich habe die Bühne gesehen, ich habe die Bühne gesehen, Bist du die Gäste? Bist du die Gäste? Hm, dich hier mit Tauben besitzen geht nicht, ne? Doch. Hier kriegen wir ein gutes Tempo drauf. Definitiv. Ja, ich muss ja mit Namen hier, ne? Ich würde mir den Kupfer auch noch nicht ganz... ideal. Okay. Stabli. Auch mal so. Ne, da bin ich schon schlimmer jetzt. Stabli. Stabli. Ja. So. 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 so warte man, ha ha ha, kommst du mit den Vorbäumen, ha ha ha, da wär's nicht so schief, ne? Na ja doch, aber du darfst jetzt eigentlich nicht so weit weg fliegen und vielleicht kriegen wir noch den Meilenstein fertig mit ein bisschen Glück und dann geht's 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 und dann ist er 1 2 4 6 2 Dann nehmen wir nochmal 1 in die Stange mit Und das wird ein bisschen wenig glaube ich Jetzt kann man aber nicht hin Vorsicht Jetzt hat er einen schon viel in insi bumsi So jetzt aber nochmal Spaß beiseite Warte mal was Müsste ich auch noch haben Ah, dann machen wir später Auf Eisenschlangen Auf Eisenschlangen Ja die Eisenschlangen Dann machen wir zwei Lutz So, wo geht's nicht raus So, warte mal jetzt Ah, hier geht's kurz Wir haben eine Ahnung Schau Wenn wir nochmal Spaß haben Bevor ich da reingehe Bevor ich da reingehe Oh, halt eine Nuss nehmen wir noch mit Und hab glaube ich schon wenig Ob kein Platz mehr Späußern Späußern auch mal kurz Nicht, dass wir da gleich von der Plattform fliegen Funktioniert sowas gut eigentlich Funktioniert sowas gut eigentlich Damit die Kurve funktioniert ja Da haben wir hier mal Gift Sieht auch schön aus Zwei Monde Zwei Monde Zwei Monde Zwei Monde Zwei Monde Oh boah Boah da bin ich immer noch nicht Da kann sich doch Da schreit doch jemand, oooohh. In dem Spiel. Ich meine da im Spiel, oooohh. Ich höre das auf der Rasse. Da sind Tiere, wahrscheinlich. Ah, da sagt man, dass ich das machen kann. Doch, das ist im Spiel. Oh, da hatten wir das Pongshit auch schon gefunden. Momentan haben wir andere Dienste nicht mehr. Und da konnte ich von hier aus. Jetzt. Jetzt sind wir hier offen. Nein, ich müsste hier irgendwie umsetzen. Hm. Bis auf die Pong. 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 Und wie soll das denn hier so gehen? Ich will aber hier in die Akkürung bringen. So. 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 Ich will hier wieder Tempo draufkriegen. Hier kriegen wir wieder Tempo drauf. Tempo zwei, die wird. Ich muss noch alles anbieten. So. Warte mal. Oh. So. Jetzt. Gut. So. 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 . So. 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 . So. 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 . So. . So. 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 an. so. 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 so werden wir alle alle E-ош siguiente. recue. so. so. ... ... ... ... ... ... ... du bist offenbar und du bist mir hier genau Aber wir haben noch nix vom Top-Stuf. Was sind die Freaks in der Lange? Das ist nicht so gut. um bestimmt 2 Punkten erstmal strahlen dann brauchst du ja bestimmt noch 2 Punkten was ist denn? ist das vor mir? könnte ich da auch noch mal eine Pumpe machen ja ist vorne, ist vorne das tun wir so nicht vorne das bocht doch noch nichts das macht der jetzt auch da kommt gut hoch ähm aber da brauchen wir auch noch ich bin überrückgestanden irgendwie also bin ich da auf schnell äh das war ja schnell auch wo äh halt wo ist denn das nicht verarbeiten? aber dann brauche ich den Container nicht ja warte mal da müsste ich hier nochmal hin ja warte mal da müsste ich hier nochmal hin ja ich hoffe ich komme über die Pumpe damit du kommst da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020